Auch die vergisst aufs Tore schießen. Wie hier Amir Bradavić. Dieser Schuss in die Mauer ist die größte Chance von Spital in der zweiten Halbzeit. Bei diesem Spieltempo sind lange Trainingshosen recht praktisch. Ja und auch die letzte Chance für vorwärts Steier bekommt maximal einen Schönheitspreis. Endstand 1 zu 0 für Steier. Der Resümee dieses Spiels, Steier kann ohne zu grenzen die Blamage gegen Hartberg ausmerzen und bleibt Lustenau in der Tabelle auf den Fernsehen. Mödling gegen Wattens lautet unsere nächste.